Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Rise of the Ruins Staffel 2 Tag 12 So, was ist hier los? Stopp, stopp, stopp Oha, da wäre der Essenz-Sammler beinahe hops gegangen Na, ein Glück habe ich es noch gesehen So, reparieren wir das Ding mal komplett mit unseren Fähigkeiten Das hier eigentlich Handel In zwei Tagen beginnt der Herbst, ich bin aber sehr zufrieden mit dem Sommer bis jetzt Wir haben noch sehr, sehr viel Essen Okay, die beiden würde ich gerne noch bauen Ah ja, obwohl, die Leute waren schon auf dem Weg nach hinten Wurden bloß aber immer wieder angegriffen Haben wir gar keine Golems? Doch Einen, ja Leider nur einen So, ja, hier liegt so viel Holz rum Das war alles für hinten gedacht So, haben wir es jetzt hier? Okay, wir haben es befriedet Und bitte hört auf, dieses Ding anzugreifen Sonst wird die nächste Nacht genauso bescheiden Ich meine, das ist natürlich ungünstig, dass das in unserem Gebiet jetzt ist Aber wir müssen es ja nicht Jedes Mal provozieren Wo ist denn der? Okay, er läuft hier noch In unserem Gebiet rum Alles gut Was ist jetzt los? Regen? Ne Naja, gut Bleibt da bitte So, wie sieht es eigentlich mit Viechern aus? Sechs und drei immer noch Okay Achso, ja, hier war eine Kiste Ich wollte gerade sagen, was liegt denn hier eigentlich an Eisen? So Da wird noch Stein gebraucht Nein! Ach man, er greift wieder an Okay, er greift einen Bauarbeiter an Damit bin ich d'accord Aber bitte nicht den Friedhof Der nächste Typ Ah, und das Problem ist, jetzt sind die einmal hier vorne Jetzt werden die definitiv den Friedhof angreifen Ach, das gibt's doch nicht So, jetzt kommt der Steingolem zur Unterstützung Kriegt er auch wieder auf den Sack So, verprügeln wir hier gleich mal mit unseren Heiligen Golems Die Jungs David Roserre ist erwachsen geworden Shoe Rush wurde geboren So Wir wurden alle verprügelt, ist das richtig? Ja Tatsächlich, alle verprügelt So, bauen wir jetzt hier hinten die Dinger mal? Ne Oh Okay, er haut ab Sehr gut Nein! Was machst du denn? Nein! Geh! Danke Ach, ein Glück So Ähm, großes Mineral lagern und sind wir hier durch Da kommt der letzte Und dann können wir hinten die beiden Feuerstellen bauen Neun Gebäude haben wir noch Ich hoffe, die Verderbnis ist noch nicht nah genug dran Ne, Verderbnis ist noch weit weg Okay Also weit, in Anführungsstrichen weit 4 of 8 Kristallgoolem, was machst du? Nein! Hau ab! Nein! Er greift das nicht an, oder? Nein 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 Hat's wieder getan Ah, ich krieg kein zu viel Boah, wir reißen uns mal ab Wir machen uns mal ein bisschen anders Ne, kristallig Stein Holz So, dann machen wir hier eine kleine Holzmauer rum Oder einen Holzzaun So Kleine Holzpalisade da vorgesetzt Äh, den provisorischen Bogenturm können wir auch zurückerobern Dann haben wir hier zumindest so eine kleine Verteidigung Falls doch jemand auf die blöde Idee kommt Und uns hier angreifen will Und Beleuchtung Okay, geht nach vorne noch So, die Feuerstelle steht Wunderbar Da haben wir auch die Verderbnis schon zurückgedrängt Und sie kommt nicht mehr durch Très bon Très bon So, wenn wir das hier noch bauen, dann Macht ihr ihn hier Ach, ihr baut hier was Also, einen Weg Greift ihr das Ding an? Was machen die denn da? Ach, die bauen den Weg ab Ne, die bauen den Weg hin Okay Ach gut, ich weiß nicht, ob sich das lohnt hier Können wir einfach nochmal bauen Ah, obwohl dann ist der Friedhof wieder Ist der nächste Friedhof genauer Äh, in unserem Bereich Das wird jetzt schon wieder ein Problem Das sehe ich doch jetzt Die wollen tatsächlich einen Weg hier durchbauen Die Dreckschweine Uh, der verdorbene Friedhof ist gleich down Schön Ich weiß nicht, was wir getan haben Aber es hat sich richtig gelohnt Da kommen die nächsten Nomads Ah, schade ist, dass wir die hier nicht eindämmen können Können, können Wäre der Friedhof nicht, würde ich tatsächlich hier durchgehen Obwohl, da oben ist er ja schon Ja, wo hat die hier weiter das Land? Äh, das Wasser? Nee Ich hab das Gefühl, dass hier auf jeden Fall was dazu kommt Naja So, 546 Neue Arbeiter Wir holen uns Nochmal Holzfäller, Bergarbeiter Alter Schweder Äh, zwei Bauarbeiter Farmer sind voll Hatten wir hier nicht ne Ne Farm? Okay Das müssen wir uns auch mal beides zurückholen Ja Da müssen wir uns auch mal beides zurückholen So Ist mir hier ein bisschen ausgeholfen Immer eins oben drüber Eins oben drüber Zwei So Dann müssen wir uns nur noch aufbauen Warum fehlt mir jetzt ein Holz? Die haben mir ein Holz geklaut, die Schweine So, jetzt aber Äh, ja gut Die bauen ihren eigenen Weg Sollen sie machen Juckt mich eher so Semi So, der Kompulator steht Schön Der zieht sich auch die Energie aus dem Stein Oh, wir haben immer noch einen übrig Ähm, dann wird einer nochmal Müllmann Bitte Oh, für die Farm müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Loch buddeln Oder ein Loch graben Wo wir nochmal einen kleinen Teich machen Zerstöre da Loch graben Ja, alles gut Sieht das so komisch aus Oh, wer hat denn das angegriffen? Ach, wer hat denn das angegriffen? Na, Wahnsinn Jetzt laufen wir hier über die Gegner rum Kann ich das irgendwie? Nein, Aura Äh, Meteor Kann ich das hier raufjagen? Man muss die Scheiße nicht angreifen So, dann lösen wir das mal auf eine etwas einfachere Art Nämlich indem wir einfach Meteoren auf die Dinger schicken Dann sparen wir uns nämlich den Ärger Hier könnten wir übrigens auch einen hinschicken Dann würde der Feuer-Phantom-Pfeil Setzlos Boah, hier wurde einer getötet Ah, Jake Siskos Ist jetzt einer von denen Da ist er Der Jake Ja, wir müssen diesen blöden Friedhof da zerstören Mit den Meteoren Hilft nicht Oh, hier kann ich nichts sammeln Da kann ich generell nichts sammeln Warum ist denn das hier eigentlich grau? Also hier haben wir schon mal diesen blöden Friedhof zerstört Dementsprechend sammeln sich mal unsere Golems jetzt Umruhig, starb durch Verderbnis Er wird einen schönen Haufen machen Was? Er wird einen schönen Haufen machen? Was ist das für eine Aussage? So, können wir jetzt diese Scheiße endlich bauen? Und bitte nicht den Friedhof angreifen So, Verderbnis geht zurück Haben wir hier also auch abgepflückt Pflückt So, gut Dann können wir nämlich den Friedhof jetzt langsam zerstören Das wäre wichtig, bevor wir das hier nämlich bauen Auch das hier Ach, weil wir wahrscheinlich Gegner in der Nähe sind Deswegen ist das grau Und da können wir nichts machen Das könnte das Problem sein Und das könnte der Friedhof verursachen Hatten wir hier nicht noch irgendwo einen Glanzboden? Okay, Umruhig ist, äh, ist auch zum Zombie geworden Nicht so rüberwischern Nee, geht nicht Okay, der hat auch keine Energie mehr War hier nur ein einziger Glanzpunkt? Haben wir uns eigentlich gebaut? Nee Können wir mal zurückerobern Ach Gott Aber wie gesagt, es bringt mir nichts Solange dieser blöde Friedhof hier noch steht Sind Niklas wurde vor allem beim Zombie umgebracht Alter, da war hier auch so viel spawnt jedes Mal Das ist ziemlich beschissen hier, der Spot Ich hätte erst diesen Friedhof zerstören müssen Ich meine, gut, haben wir Platz für neue Nomaden Die zwar wieder schlechter von den Leveln sind, aber Nomaden kommen ja immer wieder dazu So, sehr gut, das steht auch alles schon Cool Äh, die Farm gehört uns gleich Das war ein schöner Treffer Ja Ja, und wenn dieser blöde Friedhof weg ist, dann Nehme ich mir die, die Verderbnis hier hinten vor Hilfsgebäude, Hilfsgebäude Kann ich noch eins bauen? Eins geht noch Oh, ich muss niesen Ah, sorry So, was? Irgendjemand ist die Storben wahrscheinlich, wa? Ja, gut Hier Musst du halt aufpassen Schlecht gegossen Schlecht gepflegt Ah, oh Jetzt können wir hier bauen Sehr schön Weil hier keine Gegner mehr sind So, komm schon Naja Scheiß Treffer Ich muss unbedingt Vielleicht werde ich auch gleich mal ein paar Äh, Leichen plündern Die ein oder andere Leiche liegt ja hier noch rum, ne? So, haben wir hier noch Leichen Das ist alles voll mit Leichen Alter, das spielt hier, was hier rumliegt Na, das lohnt sich ja So, schön viel Einfluss Damit wir gleich diesen Friedhof zerstören können Okay, wieder eine gestorben Und auch sie wurde umgewandelt Okay, so, jetzt den blöden Yeah, down Sehr gut So, oha Jetzt habe ich ein Problem Wir werden das Nahrungsmittellager verlieren Scheiße Gut, müssen wir gleich nochmal neu aufbauen Das bauen wir gleich nochmal neu auf So, farm down Oh, wie sagt das? Das ist ja Schnell wieder gesetzt alles So, wir müssen halt nur einmal hier jetzt Tabula rasa machen und alles zerstören Und wie sagt, ich würde hier gerne die Verderbnis einengen Weil hier auch noch keine Gebäude stehen Also einmal schnell die Verderbnis hier komplett zerstören So, morgen beginnt der Herbst Alter, schwierig Also, was hier jetzt los ist So, ich hoffe, wir kriegen es jetzt bald mal gebacken Hier alles zu töten So, hier läuft noch ein Schleim rum Da sind noch Schleime Wie fahren wir denn eigentlich? Einen von vier Zwei von vier Zwei von zwei Zwei von drei Die kann man eigentlich auch mal verbessern Hier schnell Den Bogenturm genauso Wie gesagt, das ist ja einfach nur hier Sicherheit Für die kleine Örtlichkeit hier oben Wo ich übrigens auch die Schmiede bauen wollte Allerdings fehlt es natürlich jetzt an Menschen So, hier sind immer noch Gegner oder was? Weil sie immer Ne, jetzt ist alles frei Wo ist er hier oben? Warum ist das grau? Fehlt mir da der Einfluss? Ne, bauen kann ich eigentlich So, jetzt, genau Schnell die Feuer stellen Und dann der Verderbnis hinterher So, was ich hier auf jeden Fall abfange So, die alten Wege von den Blöden Viechern Nein, die bauen hier einen Friedhof Oh, ich kriege einen zu viel Mann, jetzt bauen die hier wirklich Einen Friedhof wieder hin Schöne Neverending Story hier So, da liegt noch eine Axt rum Die keiner haben möchte Niedrige Energie Genau, noch eine Kiste Kann da stehen bleiben Ida wurde geboren E wie Ida So, helfen wir mal kurz nach Haben die den Friedhof wieder aufgegeben? Nee So, zwei Eins Risiko So, bitte schnell fertig bauen Und dann werde ich mit Meteor Mit Meteorregen Diesen Friedhof wieder zerstören Bevor der sich hier verbessert Okay, sehr gut Nomaden So, Meteorregen So, komm schon Weiter, weiter, weiter Weiter, weiter, weiter Da, da bin ich hier nur ungefähr Oh, aber es brennt, es brennt So, schnell auffüllen So, wir müssen mehr machen Mehr, mehr, mehr Oh Gott, wo kommt der Die ganze Gegner jetzt her? Oh, komm, verbrenne bitte Ein bisschen Schaden Machen wir noch Irgendwie noch Gegner rum Die Welt ist krank Sind hier unten Nein, ich schiebe Oh nein Jetzt greife Oh Ach, scheiße Jetzt habe ich ja nicht Meteorre mit der Wund gehabt Ach, Kinder Jetzt greifen die Den nächsten blöden Friedhof an Sind hier noch Gegner So, da liegt noch was rum Da ist der nächste Down 519 Äh Okay, das ist ein Arbeiter noch So, hier wird gearbeitet Sehr schön Ja, wie gesagt Ich muss den blöden Friedhof Fertig machen 346 Da muss ich mal bei mir Zuhause klauen Und Kann ich noch klauen Hier bei den Dingern Kann ich klauen So, ich denke Das sollte fast reichen So Bisschen blöden Friedhof Jetzt hier fertig zu machen So Komm schon Und 26 Nein Ich baue noch einen Einschlag Baue ich noch So Yeah Nice, nice So Dann auf jeden Fall Hier zu machen Hier Wir bauen Hilfsgebäude Gut, müssen wir doch noch mal eins bauen Äh, setzen wir noch eins hier hin So So Ansonsten Ja gut, reparieren Können wir uns alles nicht leisten Gerade Aber Es Sieht okay aus Es Sieht wirklich okay aus Wir haben sogar drei Arbeiter gerade übrig Äh Zwei würde ich in die Farmen stecken Organisatoren Wird noch zwei übrig Oder ein Ein Ja gut Dann weiß ich was ich jetzt baue Nämlich die Nein Die Schmiede Ah, ich brauche ja Hilfsgebäude erst Ja Okay Als nächstes bauen wir aber dann die Schmiede So Fertig bauen bitte Bevor ihr der nächste Friedhof kommt Ja Da Passt das Hier sind noch keine Gebäude gebaut worden Wie gesagt Das hier will ich Kurz bereinigen Damit wir hier tatsächlich die Verderbnis auch eingedämmt haben Ich weiß Wie sagt nicht Ob die sich hier ausbreiten Aber okay Gut Ich kann tatsächlich mit dem aktuellen Ergebnis Oder mit dem aktuellen Aussehen Sehr sehr Leben Mehr als Leben Nicht sehr sehr leben Mehr als Leben So Dann machen wir Als nächstes Eine kleine Runde Hilfsgebäude Upgrades So Damit war Der Verderbnis Noch mal ein bisschen Herr werden können So Hilfsgebäude Hilfsgebäude So Das wird hier unten los Hier wird schon wieder gekämpft Bleibt ihr diesen blöden Friedhof schon wieder an? Ne So Was ist hier los? Okay Verderbnis Ah ja Das ist auch fertig Sehr schön Dann wie gesagt Müssen wir jetzt hier oben Das noch eindämmen Das sieht ja gut aus So Da wird gekämpft Joah Gut Wir müssen jetzt eh erstmal kurz warten Bis die Äh Hilfsgebäude alle ausgebaut sind So Und dann Würde ich tatsächlich hier mal Eine kleine Verteidigungsbasis errichten Also einen kleinen Verteidigungskreis Wobei wir machen erstmal wahrscheinlich die Sache mit den Mit der Schmiede und so weiter Ich denke mal Das ist jetzt ein bisschen wichtiger als das andere Das war aber tatsächlich gar nicht mal so unwichtig Wenn ich das jetzt hier oben schaffen sollte Dann müssen wir zwar noch ordentlich hinterherjagen Aber sollte Duobild sein So Wichtigste ist immer das hier So gut Holz 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 die Holz Gut Hier müssen wir gucken Wir können natürlich auch viel viel mehr Holz hier Mal schlagen Wobei ich fast überlege Ob ich wirklich ein zweites Holzlager Also einen kleinen äh Einen zweiten Holzfäller bau Und zwar hier so hin Das wäre wahrscheinlich gar nicht verkehrt Hier auch noch ein bisschen was weggekloppt Dann verteilt sich's auch auf zwei Örtlichkeiten Was ist das hier? Wilder Nager So Nichtsdestotrotz müssen wir uns ein bisschen beeilen Das war die blöde Verderbnis hier Nicht zu weit sich ausbreiten lassen Weil die Greift schon wieder ordentlich um sich Ich kann mal ganz kurz nachhelfen Einen haben wir ja noch Machen wir einen nochmal kurz zum Holzfäller Und machen wir nochmal ein paar neue Holzfällergebiete So Machen wir das hier alles weg Meinetwegen das hier kann ich nochmal so ein bisschen weg So Das geht auch nochmal in die In den Abbau Das hier können wir eigentlich auch alles abbauen Können wir später auch mal irgendwann alles bereinigen Und mal komplett abreißen So Gut 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 Ja Wege wie gesagt werden wir später nochmal ändern Da wird der ein oder andere Weg wahrscheinlich abgerissen werden Blöde Verderbnis Ich komm jetzt einfach nicht hinterher Ich muss auf jeden Fall als erstes hier bauen Damit das hier nicht in den Berg reingeht Weil da oben ist es dann vorbei Da hole ich es definitiv ein Ab und ab So mal hier ein bisschen nacharbeiten So die Golemser Die scheinen sich jetzt hier erstmal wieder Beruhigt zu haben Steiniger Müll und so weiter Ja alles unwichtig Wie gesagt die Wege werde ich irgendwann mal abreißen Das sind nicht die die ich gerne hätte Also obwohl der Weg hier sogar Den können wir sogar fast lassen Aber das hier alles kommt weg Der Abend dämmert Alles scheint friedlich zu sein Fragezeichen Naja Gut Dann sage ich Tschüss Und bis morgen Dann holen wir uns erst die Verderbnis Das ist mir das Wichtigere Und anschließend Holen wir uns Die Schmiede und so weiter Das sind doch nur noch mal drei Gebäude Die wir bauen müssen Und dann hätten wir das da auch So Mal kurz hier ein bisschen reparieren Alles Haben wir tatsächlich noch Anfällige Gebäude Nicht genug Einfluss Naja okay Aber immer noch mal ein bisschen was repariert Ja Also wir sehen Hilfsgebäude und so weiter Alle ausgebaut Heute ist es eh nochmal friedlich So Das füllt sie jetzt hoffentlich mit Wasser Irgendwann ist hier auch richtig Wasser drin Und dann können wir es für die Farm benutzen Naja wie gesagt Hier ist einfach nur wichtig Das war Rechtzeitig Den Berg zu machen Aber gut Das machen wir morgen dann So Haut rein Meine Lieben Haut rein